Der FC Brüggel gegen Borussia Dortmund am ersten Spieltag der Champions League Saison 2024-25. Dazu gibt es hier jetzt eine kleine oder vielleicht doch größere Prognose inklusive Simulationen im Hintergrund. Vorab, wenn ihr Videos wie diese mögt, lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, um in der Richtung nichts mehr zu verpassen. Ja, ansonsten fällt auf, dass wir hier noch nicht die aktuellen Champions League Trikots haben. Was einfach daran liegt, dass die Mod, die ich hier benutze, die Champions League Trikots wohl noch nicht zur Verfügung stellt, um es mal so auszudrücken. Aber in ein paar Tagen kommt FC 25 raus und ich denke, dieses eine Mal werden wir es überstehen können. Ich meine, das BVB Champions League Trikot ist da eh nicht wirklich beliebt. Von daher, seht es so, ein letztes Mal werden hier noch eure Augen geschont. Aber Leute, Spaß beiseite, kommen wir jetzt zum Spiel. Und da ist es zumindest mal so, dass die Formkurve von Borussia Dortmund jetzt auch spielerisch zumindest mal stetig nach oben zeigt. In der Bundesliga kann man sagen, war der Start solide. Sieben Punkte nach drei Spielen empfinde ich als absolut okay. Das erste Spiel gegen Eintracht Frankfurt hat man durch zwei Einzelaktionen gewinnen können. Gegen Werder Bremen hat man dann noch nicht wirklich einen Fortschritt gesehen. Aber gegen Heidenheim, insbesondere in der ersten Halbzeit, war das schon ein erster und großer Schritt nach vorne. Den hat man jetzt noch nicht über die vollen 90 Minuten halten können. Aber da hat man gesehen, was beim BVB durchaus möglich ist. Und jetzt könnte man sagen, ach, das war doch nur Heidenheim. Aber Heidenheim hat in der vergangenen Saison teilweise echt guten Fußball gespielt. Hatte auch einen guten Start in die Saison bis hierhin. Von daher darf man den BVB an der Stelle meiner Meinung nach auch loben. Und wie ich finde, lag das vor allem aber auch daran, dass Zero Girassi sein Debüt gefeiert hat. Er stand ja gegen Heidenheim sogar schon in der Startelf. Und ich gehe auch davon aus, dass es gegen Brügge nicht anders sein wird. Und was ist direkt mal aufgefallen? Der BVB hatte in der Offensive deutlich mehr Räume. Beziehungsweise gerade Spieler wie Karim Adeyemi und Daniel Mahlen. Das hat so ein bisschen an die Rückrunde 2022-23 erinnert, als Sebastian Allaire wieder fit war. Und dort ja immerhin noch ein gutes halbes Jahr für den BVB gespielt hat. Da haben ja auch die Spieler um ihn herum sehr stark davon profitiert. Selbst wo er noch nicht wirklich gescored hat. Und ähnlich war es jetzt auch mit Zero Girassi. Nur, dass ich sogar noch sagen würde, dass ich in der Geschichte jetzt nochmal deutlich mehr Potenzial sehe. Einfach deswegen, weil Girassi natürlich jetzt nicht diese schwere Erkrankung hatte. Und so kann man davon ausgehen, dass man mit ihm auch langfristig planen kann. Und ich bin erst recht mal darauf gespannt, wie sich das ganze Spiel beim BVB gerade auch in der Offensive entwickelt. Wenn Girassi auch zu 100% eingebunden ist. Der hatte ja noch selbst den ein oder anderen Fehlpass. Natürlich hatte er gute Bewegungen und die Räume geschafft. Aber es war ja noch lange nicht alles perfekt. Er selbst kam ja nicht so oft zum Abschluss, auch wenn er eine sehr artistische Einlage hatte. Und seine Passquote ist selbstverständlich auch noch ausbaufähig. Das sind aber alles Dinge, die mit der Zeit und Spielpraxis kommen werden. Und da wird gegen Brügge in der Richtung jetzt der nächste Schritt folgen. Ich lehne mich mal ganz leicht aus dem Fenster und behaupte mal, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering ist. Dass er hier möglicherweise sogar sein erstes Tor für Borussia Dortmund erzielt. Ansonsten war es auch auffällig, dass der BVB im Mittelfeld eine Anpassung vorgenommen hat. So hat Felix Metzscher für Emre Can gespielt. Und wie ich finde, hat er ein richtig gutes Spiel gemacht. Das hat mit Pascal Groß ziemlich gut zusammengepasst. Und tatsächlich würde ich das in diesem Spiel so gerne nochmal sehen. Wobei man dann natürlich auch schauen muss, wie es mit Marcel Sabitzer aussieht. Denn ich denke, er wird auch gute Chancen haben, hier in die Startelf zu rücken. Aber über die konkrete Aufstellung und welche Möglichkeiten es da gibt, da werde ich morgen nochmal etwas mehr ins Detail gehen und dann mit euch darüber sprechen. Fakt ist jedenfalls, dass der BVB jetzt gerade sehr gute Möglichkeiten hat. Und selbstverständlich auch ganz klar als Favorit in dieses Spiel geht. Ich denke, da brauchen wir jetzt kein großes Geheimnis draus machen. Alles andere als ein Sieg von Borussia Dortmund gegen Brügge wäre eine große Enttäuschung. Und die Historie spricht da ja auch eine deutliche Sprache. Wenn wir jetzt auf die jüngere Bilanz schauen, dann hat der BVB von den letzten vier Aufeinandertreffen in der jüngeren Vergangenheit kein einziges verloren zu drei Siegen und einem Unentschieden. Die letzten beiden Duelle endeten jeweils sogar mit einem 3 zu 0. Ich glaube, die größte Schwierigkeit liegt hier wahrscheinlich darin, dass wir hier von einem Auswärtsspiel sprechen und beim BVB noch nicht alles Gold ist, was glänzt. Und ich da noch in dem Modus bin, dass ich sagen würde, abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Man darf jetzt noch nicht zu sehr überhypen, weil eine Halbzeit richtig stark war. In der zweiten gegen Heidenheim, darf man nicht vergessen, hat man ja auch dann abgebaut. Gerade mit der Auswechslung von Girassi. Sprich, es sind noch die ein oder anderen Entwicklungsschritte nötig. Was aber nichts daran ändert, dass wir hier von einer Pflichtaufgabe sprechen. Außerdem hat Brügge jetzt auch nicht mal unbedingt eine starke Heimbilanz in der Champions League. Von den letzten 20 Heimspielen hat man nur drei gewinnen können zu sechs Unentschieden und elf Niederlagen. Aber zumindest war es so, dass man von den letzten sechs Partien zwei zu Hause gewinnen konnte. Allerdings die, die verloren gingen, die gingen richtig verloren. Und zwar, wenn man die vier jetzt zusammennimmt, sprechen wir von einem Torverhältnis von 1 zu 16. Es gibt aber auch eine pikante Statistik aus Dortmunder Sicht. Ich weiß, solche Statistiken sind manchmal großer Schwachsinn. Aber tatsächlich ist es so, dass vier der letzten fünf unterlegenen Champions League Finalisten, dass davon nur ein einziger mit einem Sieg in die Champions League Saison darauf startete. Und das war Manchester City 2021-2022 mit dem 6 zu 3 gegen RB Leipzig. Die anderen vier, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Mal sehen, ob die Dortmunder da entgegen der Statistik wirken können. Ich für meinen Teil bin da jedenfalls sehr positiv gestimmt, weil ich schon sagen muss, dass die Qualität des BVB-Kaders deutlich über der von Brügge liegt. Jetzt hatten die Belgier auch einen ganz soliden Start in die Saison. Standaufnahme stehen sie noch auf Platz 1 in der 1. Division. Allerdings haben Genk und Anderlecht ein Spiel weniger, sodass man hier auch schnell noch auf Platz 3 abrutschen kann. Aber wenn man jetzt bedenkt, zwölf Tore in sieben Spielen, sechs Gegentore, das sind jetzt auch keine Mega-Werte. Entsprechend ist es auch nichts, wovon man großartig in Ehrfurcht erzittern müsste. Hätte ja sagen können, sowas gibt es ja auch immer mal wie bei PSW Eindhoven, dass da eine Mannschaft in einer schwächeren Liga ist oder vermeintlich schwächeren Liga. Wir wollen ja hier nichts abwerten, die da dominieren und auch mal Mannschaften in höheren Ligen gefährlich werden können. Aber das sehe ich hier ehrlicherweise nicht. Spannend finde ich übrigens Folgendes. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Christos Zolles bei Brügge spielt. Der Spieler, der in der vergangenen Saison dafür gesorgt hat, dass Fortuna Düsseldorf an der Relegation in der 2. Liga teilnehmen konnte. Da hat er nämlich in 35 Pflichtspielen satte 24 Tore und 8 Vorlagen beisteuern können. Und er ist ja auch jemand, der einen sehr, sehr feinen Fuß hat, der richtig starke Standard schlägt. Also definitiv ein Spieler, auf den der BVB aufpassen muss. Genauso wie auf Gustav Nilsson, der in den vergangenen 4 Spielen für Brügge jeweils mindestens eine Torbeteiligung abgeliefert hat. Insgesamt 5 an der Zahl, also auch er gerade in einer ganz guten Form. Sodass ich zumindest mal sagen würde, dass man diese Jungs nicht unterschätzen sollte. Genauso wie Andreas Goff-Eusen, der auch immerhin schon auf 4-Torbeteiligungen bei Brügge in 7 Spielen kommt. Und der übrigens auch der teuerste Spieler im Kader ist. Alles in allem bin ich aber ganz fest davon überzeugt, dass Borussia Dortmund das Ding hier souverän gewinnen wird. Im Idealfall auch mit ein paar Toren Abstand. Denn wie wir wissen, in der Liga-Phase wird hinten heraus jedes einzelne Tor zählen. Gerade auch, wenn man unter die Top 8 kommen möchte, um den Playoffs zu entgehen. Und bei dem Programm, welches der BVB hat, ist das ja durchaus realistisch. Von daher, ein Ergebnis wie in der Simulation, wo Dortmund mit 6 zu 1 gewinnt, wäre natürlich ein absoluter Traum. Davon würde ich allerdings nicht ausgehen. Das wäre dann doch schon eine Nummer zu krass. Ich gehe eher davon aus, dass der BVB zwar souverän gewinnt, aber eher mit einem Ergebnis in Richtung 2 zu 0 bzw. 2 Tore Unterschied. Aber an der Stelle gebe ich jetzt selbstverständlich auch wie immer an euch weiter. Was sagt ihr? Wie wird der BVB in die neue Champions League Saison starten? Schreibt mir da auf jeden Fall mal eure Tipps unten in die Kommentare. Ansonsten findet ihr wie immer mein neuestes Video in der Endcard. Schaut da gerne mal vorbei und in dem Sinne, gebt euch einen kräftigen Kick und bleibt am Ball.